Onek, was hat denn Onek hier? Wow! Wow, das ist sehr aufgeräumt hier. Wow! Das ist wirklich verdammt aufgeräumt. Schön! Das ist auch eine Kombi, die man selten sieht, dass die Buttonbox flach liegt. Hier sind noch die Fernbedienungen für LEDs. Das ist auch sehr, sehr schön. Oh, der PC hängt an der Wand. Onek. Auch unglaublich schön. Michael, was hat denn Michael hier? Okay, Michael hat auch so ein bisschen schräg in der Ecke stehen. Getränkehalter ist auch mit dran. Sagt er. Das sieht auch sehr, sehr schön und aufgeräumt aus. Und der Bodenbeleuchtung ist da. Mit Ultramight wird gefahren. Das sieht auch richtig hübsch aus. Schön aufgeräumt. Bisschen Farbe drinne. Nice, Michael. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Andreas. Was haben wir denn bei der Andreas? Andreas hat exorbitant viele Bildschirme. Und sehr viele Buttons. Können wir das nochmal in hell sehen. Ach, guck mal hier. Das ist ein Dummernblock. Ja. Die Dummernblock Buttonbox. Dann haben wir hier. Oh, auch schlau. Einfach verlängert. Moos da dran. Tesserturhalter ist mit dran. Das ist auch der Schick. Das ist, glaube ich, so Marke DIY hier. Das ist auch geil. Aber, äh, Entschuldigung. Ähm, Andreas. Können wir hier mal Deckel drauf machen? Was soll denn das jetzt hier? Mach mal Deckel drauf jetzt hier. Agony. Mein erstes Setup. Hauptsache erstmal schön den Zapufer auf den Tisch, Junge. Damit das richtig fetzt im Gesicht. Wo kommen wir denn? Oh. Okay. Alright, alright. Da wurden wir aber ganz kleines bisschen geupgradet. Noise. Geil. Das ist schon fetzig. Wenn man sich mal überlegt, von wo das kommt. Schön. Alles ordentlich aufgeräumt. Und schniegel. Läuft alles auf einem Computer, so wie es aussieht. Nice. Wasser ist wichtig. Ah, hier war noch ein Bild vom Computer. Ah, der Computer wurde auch geupgradet. Schön. Was haben wir denn hier? Das ist von Rainer. Rainer fährt BMW-Wheel in einem Ferrari. Was für eine Frechheit. Aber ich unterstütze... Oh, was? Okay, Rainer fährt, glaube ich, Formel 1. Oh, das sieht nach einer sehr wilden Position aus. Jetzt nicht mehr. Da wurde nochmal umgebaut bei Rainer. Jetzt ist doch im Sitzen. Sieht nach dem Playstation aus, ne? Oh, Doggo! Oh, was ein Hübschi. Ist hier ein Dings drunter? Das sieht nach... Das sieht nach Motion aus. Och, Turmlüfter hinten ran. Aber das ist auch schick. Das ist auch schick. Guck mal, hier wird alles aufgehoben. Sogar die Panelplanes. Da wurde, glaube ich, von der Konsole weggegangen und dann auf PC gewechselt, ne? Ach nee, das sind einfach ganz normale Füße hier. Das ist auch schön. Was für eine Evolution, ne? Guck mal, hier hängt der Fernseher früher. Jetzt Triple Screen. Was für eine Evolution? Das ist echt krass. Das ist halt echt krass, wenn man sich das mal überlegt. Schön. Echt schön. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ich möchte selber so gerne so ein Dashboard haben, ne? Ich feiere das so sehr, das Ding. Ich feiere das so sehr, dieses riesige Dash von Porsche. Ich finde echt immer positiv neidisch auf Menschen, die das haben. Geil. Oh, guck mal hier, die ganzen Panelplanes noch umgebaut. Hier wurde sehr viel modifiziert. Schön, schön, schön. Finde ich gut. Was für eine Evolution. Guck mal, es hat so angefangen und dann ist es halt einfach irgendwann Triple Screen geworden. Krass, Rainer. Ja, nice. Was haben wir denn hier? Proxymite. Das sieht nach Marke Eigenbau aus, ne? Vom Rick her. Du, die Kartons wurden, die hat man sich nicht umsonst geholt. Die müssen ja auch nochmal einen Zweck erfüllen, ne? Das ist aber auch echt krass so. Also bei ganz wenig Platz das maximalste rausgeholt. Was hat Proxy denn hier noch? Aha, guck mal. Hier im Raum hat er quasi zwei geteilt. Schön. Das ist echt cool, Proxy. Da wurde nochmal, glaube ich, ein bisschen was abgegradet, so wie es euch sieht mit den ganzen Kantons. Nice. Lucifer. Was hat der? Ein MZ Lucifer. Lucifer fotografiert gerne und fährt Häuser-Welt-Pedale, okay. Das Usher-Wheel. Oh, ich sehe Wind-Simulator. Äh, Wind-Simulator. Oh, das sieht nach Marke Eigenbau aus. Welcome, Philipp. Oh, Philipp ist, glaube ich, ein bisschen am DIYen. Das sieht sehr nach DIY aus. Was haben wir denn hier noch mit Licht und sowas? Oh. Ach, guck mal hier, da hängt die Kamera. Ja, Not macht erfinderisch. Das ist ja geil. Das ist ja auch ein Banger hier. Schön. Ah, das ist für die, für die Hue. Ah, ich sehe mich meinen Rig auch schon nochmal umbauen, Leute. Philipp hat mir, Philipp ist auch 3D-Drucker. Das ist, äh, ist ein sehr schönes, äh, Rig. Mein Rig ist derzeit um Umbau. So sah es vorher aus. Na, dann warten wir nochmal Anna-Sophia, weil ich kann mir jetzt kein Video angucken. Ach, das geht ja nur zwei Minuten. Da können wir nochmal reingehen, schnell. Ich mach was anderes, ne? Stabiles Rig. Ziemlich geile Absätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziemlich geile Absätze bei dem Rig. Also, da hast du definitiv nicht, äh, so viel Übertragung von den Bassshakern. Schuhgröße 39, ganz schön große Füße. Das ist, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes. Das ist, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes. Das ist schon ein bisschen fancy, dass das Bosch-Symbol da noch mit hochkommt. Das ist schon, das ist schon, mhm, mhm. Also, wenn das Original ist, dann Prost Mahlzeit, Junge. Feuer! Das ist, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schönes. Man sieht nur leider nicht so viel vom Rick. Also nach dem Video bin ich Schuhexperte, bin ich ganz ehrlich. Ich bin definitiv Schuhexperte jetzt. Anna-Sophia, können wir die zweite Version auch nochmal haben mit ein bisschen mehr Rick? Das wäre geil. Also nicht, dass wir deine Schuhe nicht mögen, aber ich glaube, wir waren wegen Rickstar und nicht wegen Schuhe. Ich bin auch ein bisschen verwählt. Ich bin doch auch ein bisschen mehr Rickstar. Ich bin doch gewinnt. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht.